Es waren ihrer Tausend, es waren hundertundzwanzig. Sie meinten, sie wären Menschen, aber nur Nummern waren sie. Schon lange war ihr Schicksal besiegelt und bestellt. Sobald die Hand in die Erde fällt, bleibt nur ein blasser Schatten. Musik 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 Der Gesang der Vögel, das ist, was für mich die Musik ausmacht. Freie, anonyme Musik, improvisiert zu vergnügen, um die aufgehende Sonne zu begrüßen, um die Geliebte zu verführen, um die Zeit zu vertreiben. Böbel sind das Gegenteil der Zeit. Sie verkörpern den Wunsch nach Licht, Sternen, Regenbögen, jubelnden Ausrufen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020